Wie geht es dir? Sehr gut. Und selbst? Du hast ein neues Projekt? Ja, eigentlich... Ich vertrete eine Poker-Internet-Seite für einen guten Zweck. Man spielt Poker online und der Gewinn geht an einen Verein, der sich um kranke Schauspieler kümmert. Das ist wirklich eine gute Sache. Wie hat sich das ergeben? Europäische Freunde von mir hatten mir die Idee gegeben. Speziell ein Freund aus Deutschland. Und so haben Vince Van Patten und ich das aufgezogen. Klingt ja toll. Du hast einen neuen Film mit John Travolta? Ja, der kam letztes Frühjahr raus. Wir hatten alle so einen Spaß zusammen. Uma Thurman spielt meine Frau, dann spielt André 3000 von Outcast mit, Harvey Keitel, The Rock. Eine tolle Besetzung. Das war mir ein Vergnügen. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Bye-bye. Ciao, ciao. Wie sagt man Till Tomorrow? Bis morgen. Ja, bis morgen. Bye-bye. Die Unterhaltung hat Spaß gemacht. Danke. Mir auch. Danke. Die deutschen Mädels sind die besten.